ja willkommen zu einer episode der fortnight daily news heute geht es um ja einen alten neuen spielmodus ich sag euch gleich worum es geht dann eine umfrage die ich gleich machen werde und zwei geile konzepte und ich würde sagen wir fangen direkt mit den ersten news an so angefangen mit dem schönen hier und zwar john wick da gibt es nämlich jetzt einen neuen spiel modus beziehungsweise denselben spielmodus den wir bisher schon hatten diesen wick spielmodus allerdings in duo form das heißt also für die leute die eher bock haben darauf du das ganze zu spielen oder sich ja schon gewünscht haben die können das jetzt machen denn ab sofort ist der duo modus drin jetzt für die letzte zeit sozusagen bis john wick ausläuft ich bin gespannt ob wir noch sovier sehen werden die war ja auch schon geleakt irgendwie bisher ist sie nicht gekommen vielleicht hat apple sich anders entschieden und fand die gar nicht so toll ich weiß auch nicht genau aber ihr könnt ihr gerne eure meinung reinschreiben zum john wick ltm und ihr ob ihr den gut fandet oder eher nicht denn ich weiß ich habe so gemischte antworten irgendwie bekommen in meinem stream viele leute wollten überhaupt nicht spielen auch nicht in den custom games und einige leute waren total besessen davon und fand das richtig nice also könnt ihr gerne unten reinschreiben was sie davon haltet ja als nächstes kommen wir dann auch zur umfrage ich würde das oben in dem kleinen e-mail machen und zwar wir haben ja so viele waffen rausgenommen bekommen dann gab sie die ganze diskussion mit den shotguns und hin und her und zwar so viel mist irgendwie was fordern hat sich geleistet hat und jetzt ist die tactical assault rifle da und meine frage dazu wie ist die eigentlich ist die gut oder schlecht was eure meinung dazu deswegen oben auf jeden fall auf dem kleinen e drücken und die abstimmen immer gespannt was ihr votet ob ihr die eher gut oder schlecht findet ich finde den sound richtig nice muss ich sagen ich feiere die und schaden macht ihr auch ganz gut aber dort finde ich jetzt auch nicht wirklich alles in allem eigentlich eine ganz gute waffe muss man sagen aber ihr könnt ja gerne entscheiden wie gesagt oben auf dem kleinen ihr könnt ihr gerne abstimmen was eure meinung zur technik ist so und dann zum ende kommen zu zwei konzepten zum einen von pain campaign von meinem discord und auch schon von anderen konzepten er hat jetzt ein neues konzept rausgebracht wir haben jetzt diese beiden dual exe drin und hier hat er jetzt zwei dual exe reingebracht die ja dual blades heißen und passend natürlich zu dem falcon set sind wie ihr hier sehen könnt und ich muss sagen ich muss das ich feiere das übelst denn das falcon set feiere ich sowieso und diese beiden blades passen dazu würde richtig übelst passen ich meine epic hat sich da so eine möglichkeit aufgemacht um mehrere exe sozusagen reinzubringen oder vielleicht mal so welche neuen arten reinzubringen vielleicht sehen wir welche in nächster zeit irgendwie zum kauf im shop wird mich übelst freuen eure meinung gern mal dazu was ihr erstens mal von dem konzept haltet und zweitens eigentlich auch von der idee generell dass wir jetzt dual exe demnächst vielleicht mal drin sehen im shop und dass man die kaufen kann oder freischalten kann durch challenges oder sonstiges finde ich nämlich richtig richtig nice muss ich sagen vor allem bei diesem konzept passt das übelst gut ja nächstes konzept von einem anderen coolen konzept artist re kate auch bei uns auf dem discord übrigens der eine oder andere in unserer community wird ihn kennen und er hat ein neues konzept rausgehauen und zwar der boxer muss ich sagen richtig geil also er schreibt auch noch den titel dazu also er hat keine angst der in den fight zu gehen in den food fight zu gehen wäre vielleicht für den spielmodus für den food fight richtig richtig geil könnt ihr gerne mal reinschreiben was ihr von diesem konzept haltet ich finde es richtig nice wie gesagt link zu beiden unten in der video beschreibung natürlich könnt auch gerne auf dem discord den mal schreiben was ihr von den beiden konzepten haltet würde die bestimmt freuen lasst auf jeden fall mal ein paar retweets da wird die wahrscheinlich auch freuen und ein paar follows auf jeden fall und ja dann würde ich sagen das war es mit meinem video wenn euch das video gefallen hat lasst gerne leichter lasst gerne sub da und dann hören wir uns morgen zur neuen episode also bis dahin tschau tschau bis dahin tschau